Auch die Saison der zweiten Bundesliga ist beendet und dementsprechend gibt es natürlich auch hier meine Reaktion auf die Prognose, die ich vor der Saison gemacht habe, welches Team am Ende wo landen wird und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich persönlich weiß gar nicht mal mehr so viel, ein bisschen schon, aber bin auf jeden Fall gespannt, was ich damals so getippt habe. Auf Platz 18 ist für mich Aufsteiger Wien Wiesbaden. Ja, Wiesbaden spielt jetzt noch Relegation, finde ich jetzt keinen so schlechten Call, mal schauen was ich sage. Sie haben trotz Aufstieg fünf Stammspieler und Leistungsträger verloren mit Gürleien, Eze, Mrofza, Wurz und jetzt gerade doch Wiesbach und das zu ersetzen ist echt schwierig. Auf der anderen Seite haben sie mit Matissen, Betzner, Günther und Jonjic auch sehr preiswert wieder die verlorengegangene Qualität wieder reingebracht. Dennoch glaube ich nicht, dass sie sich jetzt allzu krass verbessert haben, was gerade als Relegationsaufsteiger schon nötig gewesen wäre. Und so glaube ich, dass sie trotz Kautzinski als Trainer, der jetzt auch nicht der Zweitliga-Unerfahrenste ist, am Ende wieder absteigen werden. Ja, vielleicht, mal schauen, aber 18 war vielleicht ein bisschen zu tief. In der Rückrunde haben sie so gespielt, die Hinrunde war natürlich überragend, vor allem was die Defensive angeht, aber am Ende kein allzu schlechter Call. Auf Platz 17 ist für mich Eintracht Braunschweig. Sie haben kadertechnisch klar in Qualität verloren, allen voran mit Ferrai und auch Benkovic, dessen Laie ausgelaufen ist. Ansonsten hat man entweder Erfahrung wie mit Griesbeck oder Talent wie mit Joe Gomez oder Rajon Philipp dazugeholt. Ja, Philipp, absoluter Baller. Meiner Meinung nach an den Spielern im besten Alter und so ergibt sich ein Gesamtbild aus Kader, aber auch Trainer nach dem unnötigen Wechsel nach der Saison von Thiele auf Hertel, der mir ein ungutes Gefühl gibt und mich die Eintracht wie letztes Jahr als Absteiger tippen lässt im schweren zweiten Jahr in der Liga. Hey, aber ganz ehrlich finde ich eigentlich eine echt treffende Analyse, weil nach der Entlassung kam Scherning und unter dem lief es deutlich besser und eigentlich habe ich ja mehr oder weniger auch die Qualität im Kader gesehen. Am Ende sind es jetzt auch zwei Plätze Unterschied zwischen Tipp und Realität, von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Platz 16 ist bei mir tatsächlich der erste FC Nürnberg. Nürnberg, ja das war schon ein bisschen ein Hot Take, die wurden jetzt Zwölfter, von daher vier Plätze Unterschied geht vielleicht gerade noch so klar, aber ich konnte ja ganz ehrlich auch nicht ahnen, dass da plötzlich ein Can Usun spawnt und die komplette Liga zerschießt und ich werfe hier schon mal die These in den Raum, wenn da kein Usun plötzlich ankommt, dann hätte Nürnberg durchaus um den Abstieg gespielt, ist jetzt im Endeffekt konjunktiv, man weiß nicht was geschehen wäre, aber gut. Das ist vielleicht für viele überraschend, ich persönlich sehe sie halt leider wieder unten drin, die Trainerbesetzung mit Christian Fjell sehe ich kritisch, kadertechnisch hat man den quasi einzig guten Spieler aus der Vorsaison mit Dua für viel Geld verkauft, die Transfers waren eigentlich gut mit Gürleien und Marquez für die Innenverteidigung und Tayashi als Stürmer per Laie, von dessen Einschlagen auch so ein bisschen die Saison abhängt, dennoch sehe ich einige im Kader stark overrated und im Zusammenspiel mit der Trainerbesetzung glaube ich an eine erneut schwierige Saison für den Klub, laut der Prognose jetzt halt eben letztendlich mit der Relegation nach unten. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon ausführlich darüber gesprochen, mal schauen was jetzt noch kommt. Auf Platz 15 ist für mich ein weiterer Aussteiger und zwar der VfL Osnabrück. Oh, Osnabrück fehlt noch. Mit Schweinsteiger einen ausstrebenden Trainer, der noch viel lernen muss, aber schon durchaus starke Ansätze gezeigt hat. Beim Kader hat man mit Simakala und Traore zwei der wichtigsten Spieler der Vorsaison verloren und dann eben auch noch Köhler. Gerade letzteren konnte man aber mit Talhammer recht gut ersetzen bzw. sogar upgraden, während Traore mit Rückkehrer Aydini gut ersetzt wurde. Die Scorer von Simakala will man auf mehrere Schultern verteilen mit den offensiven Neuzugängen Kehl, Magridis, Conté und Vried und Verhug für das Sturmzentrum als erfahrene Zweitligerstürmer. Zudem konnte man für das Tor mit Lennart Grill eine sehr gute Option ausleihen und ist somit gut für den Abstiegskampf aufgestellt, wo ich sie vor Mitaufsteiger Wiesbaden sehe, auch aufgrund der starken letzten Rückrunde, wo sie in der Rückrundentabelle der dritten Liga Erster waren und daher sehe ich sie knapp nicht als Absteiger und mal schauen, was passieren wird. Ja, was ist passiert? Sie sind recht eindeutig abgestiegen, auch wenn man es am Ende sogar noch ein bisschen knapp machen konnte, aber da war der Start unter Schweinsteiger einfach viel zu schwach. Auf Platz 14 ist bei mir Hansa Rostock, Trainer. Rostock, ja, auch ungefähr die Region. Schwarz hat sie letztendlich noch gerettet und wird in der kommenden Saison auf Malone, Fröde, Verhug und Van Drongelen verzichten müssen, aber die Neuzugänge können sich auch echt sehen lassen mit Christian Kinsombi, Vassiliadis, Bachmann, Hüsing, Rossipal, Sabret Singh von Bayern und Van der Werf per Laie aus Paderborn. Insgesamt sehe ich gerade im Mittelfeld einen hochwertigen Zweitliga-erfahrenen Mannschaftsteil, gerade auch in der Breite. Ansonsten ist es halt eher so Mittelmaß und so tippe ich sie, klar, nicht als Absteiger, aber schon unten drin, weil die anderen Teams halt noch bessere Kader haben, letztendlich auf Platz 14. Klar, nicht als Absteiger ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Aussage gewesen, denn sie sind jetzt abgestiegen als 17er, klar, nur knapp hinter Wiesbaden, aber selbst auf Platz 15 waren es dann schon 7 Punkte Unterschied. Daher war ich schon ordentlich weg, aber ich glaube, es gab viele, die Rostock sogar noch ein bisschen höher getippt haben. Von daher geht es auch noch in Ordnung. Einen Platz vorne dran sehe ich den SV Elversberg. Sie konnten als Drittliga... Elversberg war, glaube ich, jetzt bevor ich mal reinhöre, war ein Hot Take damals. Die hatten ja viele als Absteiger, genauso wie in der 1. Liga Heidenheim, die ich da auch nicht als Absteiger hatte, aber mal reinhören. ...meister, alle wichtigen Spieler beisammenhalten, im Gegensatz zu Osnabrück und Wiesbaden, bis auf Moltemade halt, der per Laie zurückkehrt, und haben halt dennoch gut darauf aufgebaut, mit Boyamba, Martinovic und Sicker, neben Königstransfer Wahid Fagia, der als Laie... Naja, Königstransfer Fagia weiß ich jetzt nicht. ...de Stuttgart kommt. Mal abgesehen von den Neuzugängen, denke ich, dass sie durch die Eingespieltheit wieder direkt zu Beginn überraschen können und werden dann letztendlich auf Platz 13 im Mittelfeld landen, nachdem man in der Rückrunde nicht mehr ganz so viele Punkte holt. Aber ich glaube, sie werden letztendlich nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun haben, aber mal schauen. Also, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, treffend, dass sie gut starten und nachlassen, vielleicht nicht unbedingt, waren eigentlich dann relativ konstant, mal schlechte, mal gute Ergebnisse, immer mal wieder ein bisschen verrascht, aber mit dem Abstieg hatten sie absolut nichts zu tun, wurden am Ende sogar Elfter, ich hatte sie auf 13, aber in Anbetracht dessen, was andere von ihnen erwartet haben, finde ich das echt einen guten Tipp. Holstein Kiel sehe ich auf Platz 12. Nein! Fuck. Ja, ich hatte es schon erwartet, gewissermaßen, beziehungsweise jetzt nicht in dem Moment, aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich sie nicht in der oberen Tabellenhälfte habe, beziehungsweise nicht ganz oben. Dass es jetzt schon 12 ist, schmerzt natürlich ein bisschen. Somit für die Endbilanz, 11 Punkte Unterschied, die ich draufrechnen muss, das schmerzt natürlich, aber ich sag mal so, letztes Jahr hatte ich Bielefeld als Meister, die dann abgestiegen sind, da waren es noch mehr Punkte, in dem Fall kam es für mich genauso überraschend, Kiel hätte ich echt nicht erwartet, mal schauen, was ich gesagt habe. Haben einen durchaus großen Umbruch zu bewältigen, Reze ist als absoluter Leistungsträger weg, Kapitän Wahl, zudem weitere Spieler wie Lorenz, Mühling, Reed und Ignowski sind ebenfalls weg, mir fehlt es jetzt vor allem an Erfahrung und Führungsspielern im Kader, auch wenn die Neuzugänge qualitativ sehr gut sind, mit Rote Perlaie, Simakala, Johansson und vor allem Machino aus Japan, wird einer der besten Transfers werden für das Sturmzentrum, Ja, vielleicht nicht ganz so arg, wie ich es gesagt habe, aber war schon auch ein guter Transfer. Das ist halt doch echt schwer einzuschätzen, sie könnten überraschen oder enttäuschen, sind halt insgesamt echt eine Wundertüte, ich habe sie jetzt mal auf 12 eher schlecht angesiedelt, aber mal schauen könnte gut, aber auch schlecht werden, wie gesagt. Ja, also ich habe es gewissermaßen gesagt, entweder sie überraschen oder sie enttäuschen, und sie haben absolut überrascht mit Tabellenplatz 2 am Ende, dem Aufstieg relativ sicher geholt am Ende, absolut verdient auch, habe ich so halt leider nicht kommen sehen. Der Elf habe ich die Spielvereinigung Kreuter-Fürth, und die gehen in die erste volle Zorniger-Saison und müssen vor allem im Mittelfeld die schweren Abgänge von Christianzen und Raschl kompensieren. Ob dies klappt, ist schon eher eine Wundertüte mit den Verpflichtungen von Wagner, Konsbruch und Kiyomotsoglu, dennoch konnte man sich gerade offensiv weiter verstärken mit Lempale und Sribeni, während Laiga Abillion aus der Vorsaison mit Chalanulu ersetzt wird. Man hat also definitiv das Potenzial zu überraschen, ich persönlich sehe sie aber letztendlich dennoch nur auf Platz 11, könnte aber auch durchaus höher sein, ich weiß es halt nicht, es gibt halt viele bessere Teams, und die kommen jetzt alle noch auf. Ich habe es ja sogar gesagt, könnten ein wenig höher sein, sind am Ende auf 8, hatten auch anfangs ein bisschen was mit dem Aufstieg zu tun, im Endeffekt auch wieder 3 Plätze Unterschied, das geht noch in Ordnung. Auf Platz 10 ist für mich dann eben der 1. FC Kaiserslautern, keine Schmerzhaften Abgänge stehen neben guten und sinnvollen Neuzugängen mit Arre, Raschl, Elwedi und Puchac. Das zweite Jahr in der Liga wird schwer, aber der Kader ist ehrlich gesagt noch besser aufgestellt, wie in der Vorsaison. Mal schauen, ob sie sich spielerisch steigern können, sie sollten durch ihre Heimstärke allerdings nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und wieder mal stark in die Saison starten, und dann ist auch nach vorne eigentlich echt viel möglich. Also stark in die Saison gestartet sind sie, mit dem Abstieg hatten sie auch was zu tun, also da war von allem was dabei, am Ende Platz 13, 10, 3 Plätze Unterschied, geht klar, ich glaube viele hatten sie deutlich höher, aber es gab auch welche, die sie im Abstiegskampf verortet haben, von daher bin ich da noch relativ zufrieden. Auf Platz 9 kommt bei mir dann eben schon Hertha BSC. Oh, der erste Volltreffer und das mit Hertha auf Platz 9 ist halt geisteskrank. Bei den anderen hätte man es vielleicht irgendwo erwarten können, aber bei Hertha auf 9 einen Volltreffer finde ich schon echt stark. Werde es vielleicht überraschen so früh, andere nicht. Ich habe sie jetzt mal auf 9 gepackt. Weg sind Ngankam, Tuzar, Mittelstädt, Chigerzi, Jovetic, Boetius, Plattenhardt und Boateng. Geholt hat man Gersbeck, Reze, Brevijak, Tuziak, Lukoki, Leisner und Dardai. Dennoch wird sich weiterhin noch viel zwangsläufig verändern und verändern müssen auf Zugangs- wie Abgangsseite, was aber halt alles nach Saisonstart noch geschehen wird und somit nicht mehr in diese Prognose einfließen kann. Stand jetzt sehe ich die Lage sehr prekär und selbst bei den richtigen Transfers würden diese nur sehr spät getätigt werden und aufgrund des Chaos sehe ich Wendern nur ein Gelingen zum Ende der Saison hin, also dass man sich eben zum Ende hin viel mehr steigern wird. Ja, kann man schon so sagen. Auch wenn es nicht komplett überzeugend war, aber schon gewissermaßen. Aber der Anfang wird auf jeden Fall schon so ein bisschen wackelig werden. Ob Dardai der beste Trainer für eine Liga ist, in der man selbst das Spiel machen muss, kann ich auch noch nicht wirklich hundertprozentig sagen. Auch guter Punkt, Dardai vielleicht nicht der beste Trainer dafür, auch wenn es okay war. Tippe ich die Hertha nur so weit hinten, aufgrund der vielen Ungewissheiten, auch dahingehend inwiefern jetzt die Jugendspieler eine Soforthilfe auf Zweitliganiveau sein können, das sind für mich einfach zu viele Fragezeichen, auch wenn der Kader an sich natürlich schon eine enorme Qualität hat. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht nicht. Mal schauen, wir werden es in einem Jahr sehen. Treffende Analyse eigentlich alles auf den Punkt gebracht, auch wenn viel ungewiss war. Am Ende auch mit dem Tipp, perfekt und viel mehr kann ich nicht zu sagen. Machen wir weiter, wenn ich mal so die echte Tabelle anschaue, habe ich glaube ich ein gutes Gefühl, was die restlichen Teams angeht. Außer Kiel, die hatte ich natürlich schon und Schalke fehlt in meiner Prognose hier natürlich noch. Die kommt glaube ich ziemlich am Ende, um noch nicht alles zu verraten, aber machen wir mal weiter. Auf Platz 8 kommt bei mir Magdeburg nach Schwabern. So, ich sag's gerade noch, dass es jetzt eigentlich nur noch wirklich gut wird. Und dann kommt noch Magdeburg, die habe ich komplett vergessen. Die wurden 14. am Ende. Auch wenn es relativ knapp war, hätten vielleicht noch 12. werden können, dann wird es nicht ganz so schlecht für mich aussehen. So sind es sechs Plätze Unterschied. Damit nach Kiel klar der schlechteste Tipp von mir. Da habe ich ehrlich gesagt zu viel drin gesehen. Hatten viele als mögliches Überraschungsteam. Ich glaube Toni Kroos hatte die auf Platz 3 oder 2 getippt vor der Saison. War natürlich schon damit verbunden, dass das auch eine Überraschung wäre. Ich hätte von Magdeburg schon ein bisschen mehr erwartet. Aber letztendlich gibt die Kaderqualität auch nicht viel mehr her. Ich habe sie größtenteils so hoch getippt aufgrund der Spielweise von Tietz. Aber gut, wir müssen es uns ja auch noch anhören. Von daher wahrscheinlich habe ich genau das so auch gesagt. In der Hinrunde letztes Jahr hat man eine starke Rückrunde gespielt mit Tietz als Trainer. Und nun auch noch überragende Transfers getätigt. Was mich halt eben positiv stimmt. Verlassen haben sie Quateng und Müller in die 1. Liga. Verstärkt haben sie sich hingegen mit Hat Müller eigentlich gespielt bei Darmstadt? Gefühlt fast nicht. Mit Arslan, Ygoné, Roti, Pollasbeck, Nollenberger, Amaechi und man hat Ito fest verpflichtet. Ich sehe auf jeden Fall... Ja, die Transfers haben jetzt halt nicht unbedingt gezündet. Ein großes Potenzial in dem Kader und traue ihnen viel zu. Aber für wirklich ganz oben reicht es glaube ich mit dem Kader und der Spielweise leider nicht. Ich sehe sie daher hier eben im oberen Tabellenmittelfeld auf Platz 8. Ich hatte sie auch schon ein bisschen höher, aber die Qualität der folgenden Mannschaften ist dann halt doch zu gut, als dass ich sie noch höher packen könnte. Ja, ich glaube ich habe damals stark überlegt, sie noch deutlich höher zu packen in Richtung Aufstieg. Aber habe es zum Glück gelassen. Platz 7 ist für mich Hannover 96. Ja, guter Call. Es wurden Sechster in Realität. Enttäuschend in letzter Saison ist mit Bayern nur einer der wenigen... Sogar punktgleich mit Platz 7, also schon sehr gut. ...Leistungsträger weg. Transfertechnisch hat man starke Arbeit geleistet mit den Verpflichtungen von Essay, Arembi, Christiansen und natürlich gerade mit Halstenberg, der sie auf ein neues Niveau heben könnte. Dennoch sehe ich andere Mannschaftsteile noch als zu unkonstant an, als dass es dieses Jahr für den Aufstiegskampf wirklich reicht. Könnte mich aber auch täuschen, gerade nach der starken Vorbereitung. Spot on, perfekte Analyse. Halstenberg, ansonsten vielleicht ein bisschen zu unkonstant. Mit Ausstiegskampf nur im Ansatz was zu tun. Wirklich gut auf den Punkt gebracht. Auf der 6 ist für mich Düsseldorf, denen ich... Ah, Düsseldorf. Ich hatte jetzt eher mit Paderborn gerechnet und darauf gehofft, aber mal reinhören. Weil ich habe, glaube ich, eine Erinnerung, dass da viele Transfers noch nicht durch waren. Eigentlich sogar ein bisschen mehr zugetraut hätte nach der letzten Saison, aber sie haben jetzt halt eben mit Klara, Kovnatsky und auch Karpovnik wichtige Spieler verloren. Und geholt hat man halt eben nur Vermey und Engelhardt von Freiburg 2. Und die erste Elf untertrennen... Nur! Das sind absolute Leistungsträger, aber ich weiß schon, was ich damals meinte. Jun sieht weiterhin stark aus und kann auch wirklich ganz oben mithalten. Allerdings sieht es in der Kaderbreite eher schwach aus. Und so sehe ich die Fortuna über die volle Saison nicht ganz oben mit dabei. Aufgrund der Transfers, weil man halt einfach für die Breite des Kaders zu wenig gemacht hat. Zumindest bis jetzt. Könnte sich natürlich noch ändern. Ja. Zweifle es, aber dann wäre halt eben die Saison schon begonnen. Und ich möchte die Prognose halt eigentlich immer schon vor Saisonstart bringen. Ja, und sie haben noch viel gemacht, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Transfers erst nach dem Saisonstart kamen. Aber war es nicht auch Zolles, Johannesson, viele auch für die Breite des Kaders, die echt nochmal gut getan haben. Dann hätte ich sie wahrscheinlich auch in Richtung Platz 4, Platz 3 getippt. So war es natürlich schwierig vorherzusehen. Aber die Richtung hat auch größtenteils gestimmt. So, jetzt bitte Paderborn oder KSC könnte auch kommen. Mal schauen. Auf Platz 5 ist dann bei mir mit dem SC Paderborn erneut eine Mann, die letzte Saison knapp hinter der Spitzengruppe gefinisht hat. Und zwar hat man dort mit Schallenberg allerdings den Kapitän und Schlüsselspieler im eigenen System an Schalke verloren. Und auch Justwan ist ein herber Verlust in die Bundesliga. Die Laien von Pieringer und Humphreys sind nach Top-Leistungen ebenfalls abgelaufen. Holen konnte man neben Top-Zugang Max Kruse, Bilbia... Top-Zugang Max Kruse. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. David Kinsombi, Essek Wem und Grimaldi. Der Kader hat also auf der 6, würde ich sagen, an Qualität verloren. Aber auf der 10 hinzugewonnen mit Kruse. Aber auch Muslia, den man halten konnte, ist da wirklich ein heraus... Nur bis Winter. ...ausragender Spieler. Quasniok muss jetzt halt ein passendes System für den Kader finden. Der meint... Hat er. ...ansicht nach nicht ausgewogen genug ist, um ganz vorne mitzuspielen. Da trotz der individuellen Qualität von Max Kruse, zum Beispiel die 9er- oder 6er-Positionen... ...qualitativ eben zu schwach besetzt sind derzeit, als dass es für den Aufstieg reichen könnte. Ja, wenn man Max Kruse rausnimmt, ist es eigentlich ganz gut analysiert. Am Ende wurden sie Siebter, also zwei Plätze Unterschied. Auch von dem Punkt und waren sie nah dran an Platz 5. Von daher geht das völlig in Ordnung. Machen wir weiter. Alter, ich rechne jetzt fast mit dem KSC auf Platz 4. Auf Platz 4 habe ich dann tatsächlich den KSC, also Karlsruhe sehe ich... In echt auf Platz 5, also schon ziemlich gut getroffen. ...weit oben mit dabei. Sie haben neben Mikkel Kaufmann nur Breithaupt vom Kader verloren, der aber zu großem Teil in letzter Saison auch schon verletzt war bei der starken Rückrunde. Und Gersbeck haben sie als Stammtorhüter verloren, wobei ich seinen Nachfolger Treves von Sandhausen ehrlich gesagt sogar als Upgrade ansehe. Mit Bornic, Bormut und Beifuß wurde der ohnehin gut besetzte Kader gut ergänzt, wobei auch die verlängerte Laie von Paul Nebel ein gutes Zeichen ist. Definitiv. Aber der krasseste Transfer ist halt einfach immer noch die Rückkehr von Lars Stindl, der sie einfach auf ein ganz neues Niveau hebt. Denn Stindl ist ehrlich gesagt einfach noch ein Spieler auf gehobenem Bundesliga-Niveau, was man auch wieder im Test gegen Liverpool gegen Top-Gegner gesehen hat, sobald er da eben am Ball war. Und auch seine Vorlage, sein Tor, muss man gar nicht erst drüber reden, war überragend. Ich kann mir echt vorstellen, dass er den KSC im Ausstiegsrennen auf seinem Rücken trägt und letztendlich dann aber laut meiner Prognose knapp scheitern würde auf Platz 4. Wobei das natürlich auch schon ein Erfolg wäre für den KSC. Ja, an sich war es treffend, bloß dass ich Stindl vielleicht ein bisschen einen zu krassen Impact zugesprochen habe, aber ich konnte auch nicht damit rechnen, dass er Teile der Saison auch verletzt ist und nach der Saison dann aufhört. Aber an sich finde ich das echt gut. Ein Platzunterschied zur Realität definitiv nicht schlecht. Vor allem glaube ich, dass den KSC viele nicht ganz so hoch gesehen haben. Jetzt kommt Platz 3 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da den HSV hatte. Rang Nummer 3 und somit für die Relegation spielberechtigt wäre bei mir zum dritten Mal in Folge der Hamburger SV. Kittel ist weg, den Stamm der Mannschaft hat man aber an sich halten können und wie gefordert nun auch in der Breite weiter verstärken können, neben Königstransfer Ferrai. Neu sind Öztunali, Ramosch, Van der Bremd und Hatzika Dunic. Rein vom Kader müssen sie eigentlich jetzt hoch. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass sie es direkt schaffen, wenn Wald halt eben weiterhin so stur an seinem System und seiner Spielweise festhält und tippe sie daher erneut auf Relegationsplatz 3, was nach 3x Platz 4 in Folge, 3x Platz 3 in Folge bedeuten würde. Hat nicht ganz gereicht. Sie wurden wieder mal Vierter, aber die Richtung hat gestimmt. Und mal ganz ehrlich, vor der Saison, ich habe mir viele Prognosen angeschaut, da hatte kaum einer den HSV nicht auf 1 oder 2, daher bin ich voll zufrieden mit Platz 3. War ja auch am Ende noch recht knapp, okay, vielleicht nicht ganz so knapp, aber geht definitiv klar. Somit fehlen noch zwei Teams, ich glaube als nächstes kommt noch ein ganz guter Tipp und dann ein eher schlechter Tipp. Aber schauen wir mal. Der erste direkte Ausstiegsplatz und wir bleiben in Hamburg, denn da ist bei meiner Prognose der FC St. Pauli. Daschner und Kapitän Pakarada verlassen sie zwar in die Bundesliga, demgegenüber stehen aber auch namhafte Neuzugänge wie Hauke Wahl, Sinani, Treu, Albers oder auch Metz. Nach Platz 1, letzte Saison in der Rückrunden-Pabelle und generell überragender Punkteausbeute seit Hürzler im Amt ist, denke ich, dass man mit dem flexiblen Positionsspiel weiter erfolgreich sein wird und tatsächlich von Beginn an ganz vorne mitspielt und dann halt eben am Ende auf Platz 2 aufsteigt, laut meiner Prognose. Hat alles perfekt gestimmt, bloß der Platz nicht. Am Ende wurde es nämlich die 1 und somit die Meisterschaft und dennoch der Aufstieg, aber finde ich eine gute Analyse, ehrlich gesagt. Und jetzt fehlt natürlich noch eine Mannschaft, wer aufgepasst hat, weiß es, aber wir hören jetzt mal rein. Und genau jene Prognose liefert natürlich auch einen Zweitliga-Meister und ich denke mal, die meisten werden jetzt Bescheid wissen, denn es ist für mich wie auch für viele andere natürlich der FC Schalke 04. Natürlich, wer sonst? Für mich sind sie Aufstiegsfavorit Nummer 1, haben mit drei selben Trainer, der bei Schalke nachweislich gezeigt hat, dass er der Richtige im Amt ist. Die Aussage schmerzt natürlich vor allem. Nicht mal unbedingt der Tipp, aber das hat jetzt echt gesessen. Wir haben nämlich letztes Jahr in der ersten Liga eine starke Rückrunde gespielt, seit er eben im Amt war und mit ihm über die volle Saison wäre man wohl gar nicht erst abgestiegen. Dennoch muss immer... Dabei bleibe ich, aber in der zweiten Liga hatte er nicht das passende Konzept, beziehungsweise die passende Spielweise. ...man jetzt natürlich mit ihm den Gang in die zweite Liga nehmen. Ich denke aber, sie werden direkt wieder nach oben gehen, da sowohl Trainer- als auch Kaderqualität gegeben ist. Denn kadertechnisch... Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, was die Kaderqualität angeht. Ich persönlich sage trotzdem, die ist da, aber da läuft halt neben dem Platz so viel falsch, dass es schwierig ist, die auf den Platz zu bringen. Vielleicht haben sie nicht den besten Kader, aber einen Kader, der um den Aufstieg spielen muss, haben sie schon meiner Ansicht nach. ... hat man zwar Bülter, Salazar und die ganzen Leihspieler verloren. Mit Schallenberg, Seguin, Tempelmann, Baumgartel, Müller und Lasme hat man aber auch Spieler geholt, die definitiv für das Niveau der zweiten Bundesliga ausreichen. Auch hier ist der Kader natürlich nicht perfekt zusammengestellt, aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel. Aber im Vergleich zum Rest ist man dennoch am besten aufgestellt, gerade was das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft betrifft. Ja, wie gerade gesagt, vielleicht nicht am besten, aber man hätte schon deutlich mehr rausholen können aus dem Kader. Zum Glück haben sie sich am Ende noch so ein bisschen gefangen, sind sogar noch auf Platz 10 gelandet, hatte ich jetzt sogar tatsächlich etwas tiefer vermutet. Damit nur ein 9-Plätze-Unterschied, gar nicht mal der schlechteste Tipp, das war nämlich Kiel mit 11-Plätzen-Unterschied. Von daher vielleicht gerade noch so mit einem blauen Auge davon gekommen, aber der Tipp schmerzt schon trotzdem. Am Ende komme ich bei 57 Punkten raus, was die Tabellenplatzdifferenz in Summe beträgt. Das geht, klar. Ich vergleiche es jetzt gleich nochmal mit den anderen Ligen, auch aus dem Vorjahr. Wenn ich jetzt mal auf die einzelnen Teams schaue, dann war es eigentlich echt eine gute Saison, außer halt Kiel und Schalke. Magdeburg mit 6 Unterschiede ist auch nochmal ein kleiner Ausreißer. Aber ansonsten war außer Nürnberg mit 4 tatsächlich nichts höher, außer 3. Also bis auf diese einzelnen Ausnahmen, habe ich es echt bei vielen Teams gut getroffen und auch gut auf den Punkt gebracht, was ich damals gesagt habe. Also wenn wir es jetzt vergleichen, ist 57 in Ordnung, nicht überragend, aber auch auf keinen Fall schlecht. Ich hatte beispielsweise in der Bundesliga 84. Schau da bloß nicht rein in das Video. Letztes Jahr war ich bei den anderen Top-Ligen, nur bei der Serie A besser mit nur 54. Aber da muss man auch sagen, dass die damals alle 20 Teams hatten. Von daher ist das jetzt nicht allzu stark, aber geht auf jeden Fall klar. Jetzt würde mich noch eure Meinung interessieren zu meiner Prognose. War die in Ordnung? War die fatal? Schreibt mir gerne auch mal ein paar Takes von euch rein, die ihr damals hattet, die komplett richtig oder komplett falsch waren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.